Ich habe im Brigitte Zosé-Programm teilgenommen. Das ist ein dreimonatiger Austausch für deutsche und französische Schülerinnen und Schüler. Ich hatte eine wunderbare Zeit in Frankreich, habe mich super mit meiner Gastfamilie verstanden und auch als Soleil meine Austauschschülerin dann hier in Berlin war, haben wir auch eine Menge zusammen erlebt und haben jetzt immer noch Kontakt zueinander und werden uns auch dieses Jahr besuchen kommen. Ich würde jeden diesen Austausch empfehlen. Es war wirklich, wie schon erzählt, eine sehr schöne Erfahrung, super leichte Organisation. Campingausflüge in die Berge oder Besuch über den Großeltern am Meer, also welche kleinen schönen Erinnerungen, die wirklich mein Leben geprägt haben und auch die ganze sprachliche Erfahrung. Dass die Franzosen anstatt aua, wie wir hier in Deutschland immer aïeux sagen und das immer sehr theatralisch. Rosa hat von der Französischlehrerin davon erfahren. Es hörte sich alles ganz plausibel und klar an. Sehr einfach strukturiert. All die ganze Administration wird auch so unterstützt von den Lehrerinnen. Dieses Programm konnten die Kinder einfach machen und haben sogar noch Reisekosten dazu gekriegt. Finde ich wirklich phänomenal. Sie hat in den drei Monaten einfach viel gelernt auch für sich selbst, sich selbst zu organisieren, klar zu kommen und wie das immer so ist, wenn die Kinder von einem längeren Aufenthalt alleine wieder nach Hause kommen, sind sie einfach ein Stück, großes Stück, erwachsener geworden. Musik Musik Musik